Konnichiwa mein Otakus. Da sind wir wieder zu einem neuen Park von Street Fighter 5. Wir machen ja die Story hier weiter. Ich habe schon alle hier durchgespielt, aber ich habe mir die Storys nicht angeschaut. Ich habe einfach nur so, ja, Zeitvertreib mir alle mal schon ein bisschen angeschaut, wie die so sind. So, Ryo haben wir schon fertig. Ich weiß jetzt nicht, welche Reihenfolge ich jetzt hier weitermachen soll. Ich denke mal, wir machen Ken weiter. Mal sehen. Was auf geht? Ha ha ha, no matter how old you two get, it never ends. What? It's been like this since the beginning. You fight well, but why do you fight? Are you just fighting for money? For fame? Or do you like the attention? I fight because there's a man I have to defeat. Until that day comes, I won't ever stop. And ever since then, I think I've lost count of how many times I've seen you two fight. Are you two really going to do this now? Check this out, Eliza. Hey, ihr seht den gleichen Namen wie ich. Ich mache mit. Oh, jetzt hier. Ken versus Rio. Oh mein Gott. Wer ein Pisser. Kommt. Hadouken gegen Hadouken, komm schon. Oh, du kleiner. Kleiner, ey. Ja, ja, komm mal her. Aber komm, die war's nicht. Ich trau dir nicht. Komm, komm, komm. Bam. Bam. Boah, das war gut. Das gefällt mir. Ja, das haben wir. Niemals. I could have sworn it was this way. Yeah. And that's exactly why it would have been a good idea to let the butler guide us. Aye, you two. Wouldn't be trespassing in here, would you? Oh nein, jetzt kommt dieser ekelhafte Typ. Dir juckt's am Arsch, wie es aussieht. Ich kann sehen. Der Pisser! Oder kommen die was nicht? Dass er so hoch springen kann, dieser Fettsack! Oh, der war gut. Piss dich! Öder Fettsack! Zack! Schön in die fette Wampe rein. Oh, das ist englisch. Schau! Es ist... Legein. Willkommen, Herr und Frau Masters. Und das muss Mel sein. Ich bin sehr glücklich, dass du es geschafft hast. Danke, dass du uns invitierst, Frau Karin. Oh! Es scheint, dass es ein Lack von Etikett ist. Ihre Haare stürmen ich irgendwie, ich weiß... Kann man die rausreißen? Oh! Deine Kuh! Blöde Kuh! Blöde Kuh! Blöde Kuh! Blöde Kuh! Oh, bam! Verpiss dich! Ohohoho! Der war nice! Wirklich! Oh mein Gott! Das hab ich zum ersten Mal geschafft mit ihm! Oh mein Gott! Das hab ich zum ersten Mal geschafft mit ihm! Kawaii! Voll süß irgendwie! Oh mein Gott! Also! Oder wie sein mir. Ich weiß. Das ist noch nicht so. Wie ist denn? Ja, du hast hier gefangen. Wie ist das? Ich weiß, was er findet, in diesem Fall? Ich weiß nicht, was er von momentan expertise Orthoppetentwicklung wird. Ich weiß nicht, ob es eine muss hat. Ich weiß nicht, ob es sein kann. Aber ich weiß, dass er immer weitergeht. Das ist die gleiche Sache. Das ist die gleiche Sache. Man hat ja gesehen, ich habe trotzdem jetzt, obwohl ich 100% habe, dass man trotzdem noch ein paar Level bekommt. Das hat kein Level 8 oder so, keine Ahnung. Man muss da irgendwie Level machen und es ist hier so Pokémon. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Als nächstes machen wir dann wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, eine von den beiden. Ich weiß nicht, welche Reihenfolge ich hier verfolgen werde, aber alle werden rankommen. Also schaltet dann wieder ein und dann lasst uns wieder kämpfen. Bis dann!